FUSION! Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen, äh, schönen Tag hier bei Kingwatch, äh, bei mir ist es aktuell, ja, äh, es ist, äh, 7.45 Uhr morgens, also in meiner echten Lebenszeit, und ich sammle fremde, digitale Socken ein. Herzlich willkommen zurück zu Arcade Paradise, Leute, wir waschen so ein bisschen ab heute hier, sammeln mal so ein bisschen Müll ein. Was haben wir denn überhaupt? Warte, als erstes Mission-Check. Mission-Check-Aufgaben, so, Punktzahl, Ufo-Salt kriegen wir hin, Geldbeherr, äh, Münzautomat kriegen wir hin, zerschmettere 25 Maulwürfel in Thump-A-Gopher, das kriegen wir doch hin. Dann erledigen wir jetzt erstmal den Abwasch, danach, oder eine Aufgabe können wir hier schon direkt erledigen, so, wie sieht's hier aus? Alles sauber, alles gut, alles Kaugummi-frei? Na ja, vielleicht finden wir noch was unterwegs zwischendurch, aber es macht ja nix. Wer legt denn hier einen Burger an den alten Ficus? Das gibt's doch nicht. Achtung, für die YouTube-Censorship-Ficus ist eine Pflanze, offiziell kannst du überall kaufen, sie heißt so. Wir wollen jetzt mal hier nicht anfangen, hier die botanischen, äh, unsere botanischen Freunde und Sauerstofferzeuger in irgendeiner Art und Weise zu diskriminieren, indem wir sie ausgrenzen und verbieten, ihre Namen auszusprechen. Das wäre nämlich fatal. Dann machen wir erstmal Kaugummi weg. Aber da in den Pizza King, oh, der Automat, da, da war es gerade, der Pizza King. Ach komm schon, ey, ich hatte ihn doch gerade, er hat gerade ganz kurz geleuchtet, der Pizza King. Da, so, da haben wir einen, nein, ich will nicht Shuttle-Dogs, Shuttle-Cocks. So, ähm, sieht gut aus, oder? Aufgeräumt haben wir, wunderbar, Münzbehälter haben wir, dann holen wir uns jetzt die 1000 Points in Ufo-Salt. Ufo-Salt, das ist easy, das ist easy, Leute, ich bin Ufo-Salt-Profi, ureingesessener, äh, Ufo-Salt-Miterfinder quasi, sozusagen. Oh. Und da versaut er schon die erste Tour wieder. Beziehungsweise die zweite, jetzt müssen wir uns um die Hohentürme kümmern. Weil sonst sind die gleich im Weg. Und dann können wir noch ein paar flache abräumen. Rostock ist ausgefallen, und nein, äh, Rostock ist ein Zugpferd, Leute. Aber man hätte nicht gedacht, ich meine, wenn du überlegst, wie verhältnismäßig klein, ne, der, äh, der Anfang war in diesem Spiel, so, ne, mit den, wir haben nur gewaschen eigentlich. Hinten zwei, drei Automaten in so einer kleinen, verrosteten alten Kammer, sag ich jetzt mal, ne. Oh nein, oh nein, da versaut er es. Ich wollte den zweiten Mal eigentlich, ja, gott, shit. Ah, 930. Das war echt blöd. Ey, Ufes Holt war früher mal mein Ding. Aber dann habe ich zu viel Vostock gespielt und bin raus aus dem, aus dem Game. So, ich kümmere mich um die Hohen jetzt erstmal. Den nehmen wir noch mit. Den nehmen wir auch mit, so. Jetzt ist nur das Problem, dass ich keine, ja, ihr wisst schon, man braucht so eine gewisse unregelmäßige Regelmäßigkeit hier in diesem. Aber es ist schon, ne. Jetzt kümmere ich mich um den hier, weil sonst... Da können wir nochmal getrost einen reinbämmsen. Ja, komm schon, ey. Ja, und, und, und... Blub, blub. So, Aufgabe abgeschlossen. Ah, der gute Vosti-Talk. Äh. Haben wir auch, ach so, hier, Whacker Gopher. Ach, das mag ich nicht so gerne, weil die Steuerung so blöd ist. Wenn du hier diese... Wo ist das? Ich finde das immer nicht. Ah, don't hit me. Ah. Warum denn nicht? Warum kriegt der überhaupt in den Gopher-Löchern da rum? So, guck mal, haben wir doch schon alle drei Aufgaben abgeschlossen heute, oder? Ist heute ein guter Tag? Zeig mal. Ähm. Heute ist ein guter Tag. Jawollo. Okay, er mag's dollo. Kollego. Äh, warte mal. Hat er gerade noch Müll geleuchtet? Müll! So, dann kümmern wir uns hier um Vostok. Der ist ausgefallen. Na, ey, alter, die Bugs, die Bugs werden schwieriger. Die Bugs sagen, buh, ich bin ein Käfer, du hast keine Chance. So, guck mal hier, das läuft, das läuft, das läuft, da läuft nichts. Was ist hier los, ey? So, der läuft auch wieder. Äh, mal gucken, können wir bei Barkenoid noch ein paar... Äh, okay, Long Dog ist lang, müssen wir machen. Vier Bälle und drei Level abschließen. Wir müssen hier mal so ein paar Aufgaben erledigen, einfach um... Ja, den Automatendurchschnitt zu verbessern, ne? Das erste Level suchst du dir nicht aus. Das erste Level sucht dich aus. Und dann, dann ist es wieder soweit. Komm, ich will da in die... Ich möchte da gerne... In die Seite rein, aber... Ne, brauche ich nicht. Also, wenn, versuchen wir den Long Dog ist lang. Was halt aber schwierig ist. Laser will ich nicht. Ich weiß, dann geht es schneller, aber ich muss halt drei Level abschließen, ohne... Kram einzusammeln. Also, Updates. Aber Bälle brauchen wir. Bälle. Dann könnten wir eventuell den... Wie viel? Vier Bälle gleichzeitig im Spiel, oder was ist... Den vier Bälle gleichzeitig im Spielversuch. Nein, kein Laser bitte, sonst verschwinden die anderen Sachen. Wir wollen vier Balls. Wir wollen vier Balls. Aber kriegen nicht vier Balls, Mist. Okay, wieder drei Aufgaben auf einmal versaut. Geil. Ah. Aber irgendwie, ich spiele bis zum Ende und treffe Woodgirl wieder, ist ja auch immer so Auslegungssache. Wo ist denn das Ende? Also, ich habe das Ende noch nicht gesehen. Na ja, wir versuchen das jetzt einfach mal, gell? Es ist ein sehr regnerischer Tag hier draußen. Wird auch heute nicht besser. Heute würde es noch ordentlich stürmen und so. Aber irgendwie geil. Ach komm. Das war doch so ein Sniper, ey. Das war ein Sniper-Shot. Gestern Way of the Hunter gespielt, ey. Wow. Alter, da habe ich abgesnipet, Leute. The Boney oder Hazard Stripes? Wollen wir mal spielen? Die Hazard Stripes. Schauen wir mal. Versuchen wir entweder mal den Long-Long-Long-Long-Dock oder den Super-Ballomon zu machen. Ne, Laser nicht. Fruit Crush. Oh Mann, ey. Wies es nicht eigentlich irgendwie weniger Automatenfallen aus oder habe ich das falsch verstanden? Ja, mehr Bälle im Game. Mehr Bälle und wir wissen alle, wer Bälle mag. Jetzt habe ich eh ein Update eingesammelt, also ist Zeitlupe bei More Balls ist Zeitlupe immer gut. Ne, wir brauchen mehr Bälle. Mehr Bälle. Spalte dich, Ball. Spalte dich. Oh. Toll, wir bräuchten dann natürlich auch mal ein paar Ball-Upgrades. Ich kriege hier nur so Rotzi. Na. Na. Zwei Bälle im Game und treff nix hier. Okay, wir da lang. Das sieht lustig aus. Schauen wir mal, ob wir hier den Automaten-Upgrade freispielen können irgendwie. Weil die Automaten-Challenges an sich sind ja auch immer ganz praktisch. Für mehr Geld, ne? Für mehr Geld und es gibt dann neue Automaten und neue Automaten sind geil. Wir sparen halt gerade auf gute Automaten. Komm, jetzt noch ein Ball-Upgrade. Das wäre jetzt Lucky Luck... Lucky Luckensinn. Na, Ufersholt ist auch wieder voll. Krieg ich nicht mehr. Long Dog is long. Vielleicht kriegen wir Long Dog is long hin. Okay, bei Long Dog einsammeln, verschwinden auch die Multi-Balls. Ich glaube nur, wenn du diesen Laser einsammelst, verschwinden Upgrades, oder? Oder ich... Also zumindest das Long Long... Longy Dog-Upgrade verschwindet dann. Das ist ja eine absolut luck-abhängige Quest. Alle. Ob der Long Dog Long ist, oder... Ne? Das ist ja alles völlig glücksabhängig. Kannst du ja überhaupt nicht... Und die Aufgabe mit, sammle keine Updates, ist mehr oder weniger machbar, ne? Crazy Circles? Ja, machen wir crazy Circles. Ich kenne halt nicht den richtigen Weg durch den Wald. Wir müssen den kleinen Wauwau... ...den richtigen Weg aufzeigen. Zeigen. Hier sind gar nicht genug Felder für Upgrades, irgendwie. Hupala. Brauchen wir wahrscheinlich drei Long Dogs-Dinger, hä? Das ist ein blöder Level. Keine Ahnung. Na, da scheppert es einfach nicht genug. Ja, Ufo Salt ist voll. Weiß ich. Bringt mir aber grad nix. Uns Auto... Ach Gott, ey. Ich will jetzt auch nicht wieder aufhören. Jetzt bin ich grad so weit. Aber es dauert ja Ewigkeiten. Ich werd das für euch mal ein bisschen abkürzen, glaub ich. Weil, äh... Sonst geht die Folge 40 Minuten und wir haben eigentlich nur das Spiel gespielt. Keine Ahnung, ob das so... Ob das so gewollt ist. Ob da jetzt jemand Bock drauf hat, sich das dann... Aber ihr wollt ja auch so ein bisschen Spaß sehen. So, ich schalte mal einfach wieder rein. Ich spiele jetzt schon. Ich hab keine Ahnung, wie lange. Aber, ich hab gerade entweder... Ja, ich hab, glaub ich, die Long Dog is Long Mission geschafft, endlich. Äh, boah. Aber leider schaff ich die vier Bälle im Spiel Mission nicht. Weil vier Bälle im Spiel ist einfach impossible. Es ist einfach nicht machbar, Leute. Und ich hab jetzt schon so viele Level geschafft. Ich hab keine Ahnung, ey. Alle Münzeautomaten sind irgendwie voll und... Keine Ahnung. Ich wollt's euch nur mal zeigen, dass wir jetzt wenigstens hier ein Ziel erreicht haben. Ich hab keine Ahnung, wie lange das hier geht. Also so... Wann hat man alle Level gespielt? Ich habe keine Ahnung. Ich warte hier die ganze Zeit, dass irgendwie großartige Dinge geschehen, aber... Die meisten Level haben gar nicht genug Steine, um irgendwie diese Upgrade-Missionen zu machen. Dass ich jetzt gerade den Long Dog is Long... Long Long Dog... Alalalala Long Dog... Dass ich den jetzt gerade zufällig geschafft hab. War jetzt eher so eine, ja... Zufallsgenerierte Sache. Oder ging's da um irgendeinen Highscore? Ich weiß... Ne. Mit Highscore hatten wir nix an dem Automaten, oder? Ich spiele schon so lange, dass ich das wieder vergessen hab. Ja, klar, jetzt macht wieder einer irgendwie so einen Zusammenschnitt. Ja, klar, weil Kreis ja auch das superlange Supergedächtnis hat. Und dann kommen so Sachen, wo ich dann immer innerhalb von drei Sekunden vergesse, wo ich gerade gewesen bin. Komm, jetzt noch eine Ballvermehrung. Eine Ballvermehrung, während ich hier versuche, drei Bälle im Spiel zu halten. Ja, mehrere Geldbehälter sind voll. Ich seh das schon kommen. Blockchain ist ausgefallen. Münzautomat ist voll. Ich krieg nur rote Nachrichten hier. Während ich versuche, in Ruhe annehmen... Ne. Es ist einfach... In Futterkarten. Naja, ich versuch's noch ein bisschen weiter. Ah, ich bin gleich wieder da. Ah, Leute, es gibt nur noch ein Level. Es gibt nur noch ein Level. Ich konnte mir nicht mal mehr das Level aussuchen. Das ist ein gutes Zeichen für, dass wir es gleich geschafft haben. Oh Gott, hat das lange gedauert. Ah, komm, dann nehmen wir hier den Logidog is long. Ah, guck mal, vielleicht... Vielleicht kriegen wir noch ne... Ah, ne, kriegen wir nicht. Mist. Ja, da versau ich's. Und ich wette, jetzt kommen noch zwei Ballupgrades. Genau in dem Level hat er sich gedacht, jetzt kommen noch zwei Ballupgrades. Zeitlupe brauche ich nicht. Ach komm, weißt du was? Ich nehm den Laser. Mit dem Laser können wir das hier super schnell erledigen. Mit dem Laser können wir das hier ganz schnell erledigen. Und dann können wir endlich unseren Woodgirl wieder treffen. Yes, endlich geschafft. Endlich ne Aufgabe. Da ist es, unser Woodgirl. Alter, ist es im Wald und wartet auf uns. Nice, Leute, nice. Jetzt muss ich mich erstmal um diesen Laden kümmern. Hier ist Chaos pur. Erstmal Backhands machen. Hier ist... Also ist ja mindestens zwei, drei Ottoman ausgefallen. So, der läuft wieder. Läuft wieder. Der ist ausgefallen. Das war eine Nummer... Komm schon, mach kaputt. So, der läuft wieder. Der läuft nicht. Krita's Crucify... Da noch einer. Alter, was ist hier? Aus. Es ist unglaublich krass. So, das läuft alles wieder. Läuft alles wieder. Okay, die Sachen laufen. Die Sachen laufen. So. Jetzt Geldbehälter sammeln. Geldbehälter. Es ist nämlich alles voll. Es ist alles... Hier ist Party. Wie kann der Woodgirl spielen? Es ist voll. Billiard müsste doch eigentlich voll gut laufen, wenn... Boah, Alter, der war auch fast... Eieiei, Leute. Ja, jetzt piept meine Uhr, dass Sachen voll sind. Ist mir schon klar, ey. Boah. 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 Alter, was sammeln wir hier ein, Junge? Das ist ja Wahnsinn. Und vorne, der Geldbehälter ist auch noch voll. Ey, 5000 Flocken in der Tash. Das gibt doch einen neuen Automaten morgen. Das sehe ich doch schon kommen. Das sehe ich schon kommen, Leute. Yes, yes, yes. So. Pitgang. So, der ist verkauft. Wollen wir einen Kicker? Wollen wir... Woodguy Golf? Knuckles and Knees? Ach komm, wir kaufen zuerst Knuckles and Knees. Wie bald erhältlich. Dann müssen wir Woodguy Golf kaufen. Tisch Fußball geht nicht. Wir warten erstmal, dass wir den Assistenten für 420 kaufen können. Das heißt, wir müssen eh noch so ein paar Tage hinter uns bringen. Ähm... Wo könnten wir denn noch was freischalten? Ähm... Was kann man bei Vostok noch machen? Was könnten wir machen, ne? Level abschließen. Level abschließen und alle Level in einem... Also hier... Okay, wir schließen alle Level ab, ohne Gegner zu töten. Video Airhockey ist voll? Kann nicht sein. Nehmen wir natürlich unseren ersten Level hier als... Aua. Okay, jetzt wird es dann doch ein bisschen voller irgendwie hier. Aua. Egal, wir müssen nur bis zum Boss kommen. Wow, wow, wow. Aua, aua. Gleich hier so ein Doppelhit gekriegt. Ob das so eine gute Idee war? Ich dachte gerade so, man kann sich ja vielleicht einfach in so eine Ecke stellen, aber das geht ja auch nicht. Die schießen ja auf einen und das verfolgt einen ja auch überall hin. So, da ist der Boss. Aber das wird jetzt schwierig, weil... Da sind natürlich auch noch andere Gegner mit dem Spiel jetzt. Lassen wir die erst mal vorbei. So, das müsste doch gewesen sein, oder? Level abgeschlossen. Zusätzlich hier Health kaufen. Paketen Upgrade. So. Hä, das... War doch auf jeden Fall, oder? Habe ich... Äh, nicht bei Aufgaben, Quatsch. Hier. Das... Ich habe doch keine... Liste, ein Level ab. Ohne irgendwelche Gegner außer dem Boss. Ach so, weil die an mir abgeprallt sind. Ah, okay. Ne, dann... Dann machen wir jetzt erstmal Feierabend und freuen uns auf morgen, würde ich sagen. Leute, ich bedanke mich an dieser Stelle, ne? Aber ihr kommt noch mit zum Bus, oder? Kommst du noch mit zum Bus? Noch eine rauchen? Newcastle. Okay. Naja. Freunde, ich bedanke mich an dieser Stelle. Mir mache ich herzlich fürs Zusehen. Ich wünsche euch allen da draußen einen wunderschönen, erfolgreichen Tag. Wir sehen uns in der nächsten Episode, wenn ihr da Lust habt. Macht's gut, bis dahin. Auf Wiedersehen, reingehauen. Und ciao. Wiederau.